Spiegel Coaching – Mehr bewegen Folge 1 – Hörnchen oder Baguette Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat eine klare Vorstellung davon, wie viel Bewegung das richtige Maß ist. Pro Woche 150 Minuten körperliche Ausdaueraktivität und zweimal gezielte Muskelaktivität. Und? Schaffen Sie das? Haben Sie das eine Zeit lang geschafft? Oder möchten Sie die WHO-Vorgaben in Zukunft erfüllen? Nur 20% der Frauen und 25% der Männer folgen den Empfehlungen der WHO. 40% der Deutschen sitzen lieber auf dem Sofa, als Sport zu treiben. Zwei Drittel der Deutschen bewegen sich weniger als eine Stunde am Tag. Und nur 1,2% der Deutschen sind während ihres ganzen Lebens durchgängig sportlich aktiv. Aber vermutlich wissen 100% der Deutschen, dass ausreichende Bewegung eine wichtige Voraussetzung für ein gesundes Leben ist. Die Motivation zu sportlicher Bewegung ist, wie die Sportwissenschaftlerin Nadine Will sagt, offensichtlich ein lebenslanger Prozess. Ziel dieses Coachings ist es, dass in Bewegung kommen langsam, ohne Druck und von Grund auf zu lernen. Dabei geht es nicht um sportliche Höchstleistungen oder darum, sich zu Fitnessprogrammen zu zwingen, auf die man letztlich keine Lust hat. Viel wichtiger ist, herauszufinden, welche Bewegungen einem Guttun und Freude machen. Das ist auch der Kern der Dual-Mode-Theorie aus der Sportpsychologie. Erstens, wie fühlt man sich während der Anstrengung? Zweitens, wie bewertet man die Anstrengung? Hält man sie für gesundheitlich wertvoll oder für überflüssige Qual? Nur wer während der Bewegung Spaß hat und überzeugt ist, dass Bewegung eine gute Sache ist, der bleibt auch dauerhaft dabei. Deshalb ist es auch sinnlos, sich immer wieder zu überwinden, Sport zu machen, den man gar nicht mag. Der erfolgversprechende Weg ist dagegen, herauszufinden, wann welche Form von Bewegung gut tut und sich an diesen Erkenntnissen zu orientieren. Die erste, sehr einfache Übung setzt deshalb am Thema Körperwahrnehmung an und ist eigentlich eine einfache Haltungsübung. Dabei werden und sollen sie noch gar nicht ins Schwitzen kommen. Krumme Tour Halten Sie, wenn das in dieser Situation möglich ist, genau jetzt einmal inne. Fragen Sie sich, sitze oder stehe ich im Augenblick aufrecht und gerade, also etwa wie ein französisches Baguette? Oder erinnert die gekrümmte Haltung meines Rumpfes mich eher an ein gebogenes Croissant? Falls Sie bei dieser Mini-Reflexion registrieren, dass Sie zur Croissant-Fraktion gehören, ist Ihre Aufgabe für die nächsten Tage, im Sitzen und Stehen jeweils immer wieder eine aufrechte Haltung einzunehmen. Das geht so. Im Sitzen 1. Stellen Sie die Füße bequem breit auf den Boden. 2. Statt nun das Kreuz durchzudrücken, richten Sie Ihre Aufmerksamkeit lieber aufs Brustbein und heben Sie dieses leicht an. Ein Trick Lassen Sie gleichzeitig das Kinn ganz leicht nach vorne fallen, sonst überstreckt man den Nacken. 3. Die Schultern sind dabei locker und der Bauch sollte entspannt sein, nicht eingezogen. Im Stehen 1. Stellen Sie die Füße in der Breite auf, die für Sie bequem ist. Das Gewicht ist dabei etwa gleich verteilt. 2. Auch hier heben Sie leicht das Brustbein und lassen Sie gleichzeitig das Kinn leicht Richtung Brust sinken. 3. Achten Sie auf eine moderate Körperspannung. Die Schultern sind entspannt. Bauchatmung sollte locker möglich sein. 3. Fragen Sie sich in der kommenden Zeit täglich zwei bis drei Mal, ob Ihre Haltung einem geraden Baguette oder einem krummen Croissant entspricht und bringen Sie sich immer wieder in die aufrechte Haltung. Es hilft, wenn Sie nicht versuchen, perfekt gerade zu sitzen oder zu stehen, sondern sich einfach etwas aufrechter zu halten. 4. Sie werden sehen, dass bereits diese Haltungsübung zwei Veränderungen bringt. 5. Zum einen schult sie diese Übung, Ihren Körper und seine Empfindungen im Alltag besser wahrzunehmen und in puncto Mikrobewegungen bewusster mit sich selbst umzugehen. 5. Zum anderen kann eine Änderung Ihrer Sitz- und Stehhaltung eine Aktivierung bewirken und eine Stimmungsaufhellung. Embodiment-Forscher haben in den vergangenen Jahren nämlich Belege dafür gefunden, dass eine aufrechte Körperhaltung die Stimmung verbessert und wachmacht. 6. Ein krummer Rücken dagegen drückt den Theorien zufolge die Stimmung und macht uns anfällig für Frust. 7. Greifen Sie diese Basisübung, das Spiel mit Mikrobewegungen, während der gesamten Dauer dieses Coachings immer wieder auf. 8. Reflektieren Sie darüber, wie sich Ihre Lust an der Bewegung schon durch diese scheinbar winzige Änderung wandelt. 8. In der nächsten Folge des Coachings können Sie herausfinden, wie wichtig Ihnen Bewegung tatsächlich ist. 8. Spiegel Coaching – Mehr bewegen